Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie viel von den nächsten Elementen? Lass mich in Ruhe! Ich gehe weiter! Kannst du, was ist das? Ich geb dann! Du hast schon gesehen, Ich habe den PS-Install seit Ewigkeiten nicht gebraucht. Ich habe den PS-Install 3 gekostet. Ach, das ist doch klar. Aber es ist nur ein Download, es gibt aber keinen Abloh. Du hast generell nichts zum Uploaden. Nein, der Download sieht nicht nur ganz viel ab. Nääääää. Ja super, wenn du was downloadest, siehst du. Der hat mal für mich keinen Unterschied. So, schon jetzt sag ich mir, das macht für mich keinen Unterschied. Er sagt doch. So, wenn ich das sowieso nicht spiele. Ich hätte in der ersten Zeit schon nicht gespielt. Ah, hat mich nicht interessiert. Ich bin nicht so ein LittleBigPlanet-Freund. Loll. Was ist da passiert? Ah, sehr schön. Jetzt geht das hier weiter. Die Lava muss ich nachher auch noch einfüllen. Ach, scheiße. Ja, eine Spitzherrke brauche ich dann noch. Wie die Slams wieder wegkriegen. Kein Feuerwerk in der Wohnung. Mensch. Böse. Keiner von dir. Da ist. Geht! Ach. Machzeitten steht er. Wenn ich richtig liege, müsste das eigentlich passend fließen. Nachher das Wasser. Sonst haben wir nämlich ein ganz anderes Problem Wer ist denn? Sagen wir, siehst du gleich, wenn ich Pech habe Ob die Indianen oder was? Äh, nö, ob sie die Indianen in mir sich vorgesorgt haben Was? Der Einmal ist weg! Hilfe! Und so fließen tut er, die Lava fließt schon mal richtig Das doofe ist, der Eimer ist weg Wir brauchen einen neuen Eimer Und Marco hat natürlich den anderen Eimer, oder hast du den? Ei Scheinfohl so Was? Scheinfohl so, als hätte er den Eimer Ah, natürlich Nimm sich immer das Wertvollste mit, weißt Obwohl das Wertvollste ist, ist es jetzt vielleicht ein bisschen Überstrapazier quasi, aber Also wenn er auch verschwunden wäre, etwas was er platziert hat Nein, ich musste vorhin auch was er transportieren Die sind die Dinger nicht verschwunden So Ich merke gerade, ich muss da oben auch nochmal so ein Kreuz ran machen, sonst fließt das ja Sonst wohin Ja Moment Was denn? Ich glaube, ich habe das Gefühl, das kann so gar nicht funktionieren, weil die Lava bretet sich ja gar nicht aus Ach, wobei Bitteln und Wege Ich muss mal einfach bloß dafür sorgen, dass ich die Lava ausbrille, das passt schon Einmal kurz was sie drunter steuern, reicht dicker aus Allerdings darf sie sich halt auch nicht zu weit ausbreiten, da ist der Punkt Das heißt, das sollte man erst machen, glaube ich, wenn das Wasser da ist Ich meine, das Kreuz oben, oder was man es nennen will, verhindert halt, dass die Lava verschwindet und zu Obsidian wird Und der Hälte gekreutzt Hm, wie viele Settlings hast du? Ähm, 47 Jo, dann reich die mal rüber Dann kann man die ganzen Behälter hier nämlich schon mal voll machen, kriegt nochmal 6 Dirt raus Und dann werden wir auch noch die Lava zum Beispiel Und dann muss ich mal auf dem Holz Jetzt müssen wir mal rüber Dann können wir mal rüber Dann könnten wir mal rüber Und dann können wir mal rüber Und dann können wir mal rüber Und dann können wir diese Lava Und dann können wir mal rüber Ich frage mich was man an dem Ding hier noch, in den Krubel noch reinhauen kann, in der Crucible. Krubel. Ja ne, why not. Ich frage mich. Das war's für heute. Melon Seeds, Pumpkin Seeds und Seed Seeds quasi aber sie können ja nur in eine Richtung wachsen und auf Holz wachsen sie ja auch nicht da ist schon wieder sauwitzig im RP es ist immer schön dass du schlafen gehst bevor der mobs gespawst und passen wenigstens solltest du nächstes mal trotzdem ein bisschen später erspannen gehen ja ja zwei zombies waren gespawnt mehr nicht ich so eh nix davon aus Erfahrung ähm und Wottenflash was 10% in den Kompostern da gibt das heißt aus 10 Wottenflash hast du einen dort das bringt schon ne Menge das bringt jedenfalls schneller als mit den Bäumen oder? dann für den Wottenflash ja und wie lange dauert es bis du so einen Baum gepflanzt hast bis der gewachsen ist und bis du den abgeerntet hast und 8 Zapplings wieder raus kriegst wie lange dauert es bis die ganzen mob sind gespawst eine Nacht und die Nacht kann man dann nützen das kostet ja nix man hat es einfach bis gespawnt ist und dann ist die Pan ist ja nicht so das Problem oder? ist ja nicht so das Problem oder? und währenddessen kriegt man genau noch 20 Bäume am Tag die Bäume wachsen auch nachts mit dir an der Stelle mal anmerken ja warte ich weiß nicht wie viel warte ich wünsche ich bin so nachts wie war ich nicht mit dem schade ich sogar kurz für mich das ist ja nur ein paar Ocke Das bringt mich doch glatt auf den Gedanken. So. So, ich glaube jetzt hier. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Boah, drei Seiten reichen hier eigentlich auch. Ne? Jetzt müssen wir jetzt mit drei Seiten reichen. Nur nicht berühren, alles nur das nicht. Nur nicht berühren. Ich überlege gerade. Was soll ich da jetzt eigentlich abirnten, wenn das Ding hier doch richtig hinterher spawnt? Der Gedanke ist mir gerade noch gar nicht gekommen. Ich wollte hier ehrlich gesagt hier so eine schöne Tower-Variante haben, aber... Wir wollen werten, dass Marco jetzt direkt wieder rumheulen würde, weil so geht das nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon mal irgendwo gesehen, weißt? Bei Zombie und Co und so. Das ist bei Modalu, nicht bei Zombie. Oh ja, das ist streng aber bei beiden. Deswegen habe ich es bei Zombie. Der Obsidian-Meister. Ich bin auf den Klo. Ich bin auf den Klo. Naja... Zum Glück steht es ja gar nicht ungünstig. Ich bin auf dem Klo. Ich bin auf dem Klo. Ich bin auf einer Bravo-Tack hop. Schau! Ich bin auf der used die Situation. Schau! Ah, bin ich dämlich. Ich hätte hier schon vorher drauf kommen können. Oh, wir passen jetzt nicht zum großen Unterschied, ist aber meins, 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 alles, meins. Oh, wir passen. Sehr schön. Nächste, ah, okay. Oh, ich glaube, es ist gewachsen. Sehr schön. Aua, ich muss den Vorspann lassen, wenn er reinlatscht, kriegst du eine gewischt. Ah, okay, den Vorspann habe ich erst verdient. Eine Creeper-Apparel. Oh, was der Shot. Und eine Holy Renade. Oh, ich weiß nicht, ob die Holy Renade da auch heißt, aber aussehen tut sie wie einer. Also habe ich jetzt hier irgendwo drinnen, wo du merkst. Oh, locker. Die Pampen ist gewachsen. Ach, sehr schön. Aua. Ich werde ja diesmal durch. Ja, ich weiß. Und das sieht brauchen wir jetzt aber nicht deshalb. Okay, der gibt 16%. Okay, der gibt 16%. Aber auch immer für das erste genug. Ah. Boah, drei Stunden. WTF. Was? Ich streame schon seit drei Stunden. Und ich muss jetzt überlegen, wie mache ich das jetzt genau. Ich glaube, ich habe die Platte hier zu tief angesetzt. Ich habe noch kurz eine Tür anbringend. Ich glaube, ich habe noch eine Tür. Ich glaube, es ist ein Kliegenster. Da kann ich tatsächlich Holz nehmen. Damit es verbrennt. Das muss ja wohl ein Mittelkern bilden. Das muss ja wohl ein Mittelkern bilden. Ich muss das unterreichen. Das Schlimme ist, dass ich das jetzt hier durchlaufen. Also an sich müsste ich, glaube ich, erst mal die Dings rauf klatschen. Hier in meinem Turm runter. Nein, ich würde jetzt erst mal das Wasserplatz hin müssen. Echt jetzt? Wieso sagst du mir das erst jetzt? Ich weiß, dass ich besser mit selbst geschaut immer. Ich habe auf die Entstehung nicht hingeguckt, Mann. Na, aber wie willst du jetzt noch hinkriegen, dass daraus Steine wurden? Na, streng aber ist scheißegal. Welche Reihenfolge. Weil Wasser sollte auf fließend Lava treffen, das tut sie hier ja auch. Ja, nur das tut sie eigentlich immer denn, wenn es gerade rausfließt. Ja. Ähm. Sag, dürfte der Versuch jetzt hier auch hart scheiße sein oder hart falsch? WTF? Was? Was? Schnell! Pass auf! Was? 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 Wieso hat ich mir so gehofft? Ich bin jetzt hart dessert rentiert. Muss ich so ganz ehrlich sagen. Was? Was? Ich bin jetzt auch noch mit den guten alten alten, ähm. Denkst ja. Muss bloß mal überlegen, ob ich den auf die Reihe kriege. so zwei und dann runter und dann beim anderen ich glaube 1 und dann runter das ist hier das was er müsste dann die laver hier sind doch noch runter fließt wenn wir mal die laver nicht 2 bau alter bürste sind jetzt nur die bäume auffallen während ich mich jetzt noch mal um die mobs kümmere oder was von übrigen ist alles aus so 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 ok nix die stand sich später noch mal an ne geht der ach ja Dave geht ach du auch oh da ist ein Disconnect ich sag ja kein Disco mal kurz gucken was Discord sagt ah Discord sagt mir grad überhaupt nix scheiße ich glaube er hat ein Disconnect aber macht hier auch nix so lange geht der Stream eh nicht mehr ne 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 Ich gehe gleich wieder auf uns auf uns rüber. Umso besser. Man kann ja erstmal ein Oldschool-Ding bauen und dann später so ein, ja ich nenne es mal Hightech. Ich kann es ja kaum erwarten, bis wir die ersten zwei Blöcke von Eisen oder sowas haben, dann können wir uns nämlich eine ordentliche Axt machen, die die Bäume mit einem Mal abholst, eine Holzbäller-Axt, eine ordentliche. Also was brauchen wir gerade hier? Okay. Yep. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020